Ich muss sagen Frohe Ostern. Frohe Ostern! Hey ihr Lieben, da ja meine Mama hier zu Besuch ist und jetzt Ostern ist, haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder eine kleine lustige Challenge. Und zwar, was für eine Challenge machen wir? Eine Oster-Roulette-Challenge. Genau, und die ist total easy und total witzig, für einen zumindest. Wir haben ein gekochtes Ei und ein rohes Ei. Genau, und wer da am Ende die froheren Ostern hat, werden wir dann sehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Da ist einer auf Krawall aus. Mal sehen. So, wir kochen jetzt erstmal ein Ei und dann sehen wir uns wieder. Ein Ei kommt jetzt da rein. Genau. So, hier haben wir die beiden. Die werden jetzt noch mal ein paar Mal umeinander rumgedreht, damit man nicht mehr weiß, welches welches ist. Cheneene ist auch schon ganz aufgeregt. Und jetzt nehmen wir einfach eins. Bist du bereit? Ja. Okay. Warte. Und jetzt wünschen wir euch noch... Oh nein! Wir wünschen euch einen schönen Morgen. Schön ab! Was auch immer! Und tschüss! Und jetzt ist es so ähnlich zu Neue! Meuch. Und. Das war's.